Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Green Deal ist das unsozialste Projekt in der Geschichte der Europäischen Union. Und wer glaubt, den Niedergang von Kohleregionen mit Geld, mit Strukturhilfen verhindern zu können, der hat aus der Geschichte nichts gelernt und aus der Vergangenheit. Also ich habe da zufällig ein bisschen Ahnung von. Ich habe die letzten 33 Jahre im Bergbau im Ruhrgebiet gearbeitet, bis zu meinem einzig im Europäischen Parlament. Und es gibt da keinen Bergbau mehr. Und meine Heimat, das Ruhrgebiet, ist heute das Armhaus Deutschlands. In meiner Geburtstadt Gelsenkirchen gibt es die höchste Arbeitslosenquote in Deutschland. Es gibt die meisten armen Kinder und es gibt die meisten armen Alten. Und es sieht genauso aus in den ehemaligen Kohleregionen in Belgien, in Frankreich und in England. Da müssen wir uns doch nichts vormachen. Guckt euch es an. Und in Polen wird es ganz genauso laufen. 100.000 Arbeitsplätze werden da verloren gehen. Es wird eine Katastrophe für Schlesien geben. Und wir reden nicht nur über den Bergbau. Der Motor der deutschen Wirtschaft ist die Automobilindustrie. Und das schätzen heute Berater der Bundesregierung, dass 410.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Das wird uns das Rückgrat brechen. Lasst uns diesen Wahnsinn beenden.